So, jetzt muss ich gerade ein bisschen aufpassen wegen Spinnen. Ich habe ein bisschen aufs Schmaugelgericht, habe viel erkundet von der Karte, das schauen wir uns gleich mal an. Am besten in Ruhe. So, ich brauche da ein Riss. Oh Mann, da ist noch gar nichts passiert, das ist ja grausam. Ich habe keinen Platz hier drinnen mehr. Mir vergammelt alles. Ich habe halt keinen Kühlschrank. Das wird mir auch demnächst alles vergammeln. Habe ich einiges gefunden, vor allem viel geklaut von den Agents, die mich beschossen haben. Die haben mich auch alle möglichen Medkits, die ich gefunden und hergestellt habe, wieder gekostet. Also ich habe keinen Erfolg gehabt. Das heißt, ich habe schon einen Erfolg gehabt. Ich habe jetzt schon Munition, ich habe Lasermunition, ich habe glaube ich sogar schon eine Aufrüstung irgendwo hier drin. Eine Waffenaufrüstung, hier Laserupgradebausatz brauche ich im Leben. Hier Minigunpatrone oder auch hier Gewehrpatrone von über 1000 Stück. Aber ich habe so zwei Drittel von dem ganzen Quatsch, was ich auch genutet habe, wieder verloren, weil ich es gebraucht habe. So, es werde ich nicht kapiert. Ja, Schicksal. Dann werden wir mal essen. So, jetzt dürfte ich auch ein bisschen heilen, damit ich die wieder auf 500 Lebensenergie komme. Ich fühle mich wohl im Ausgeruht. Das ist sehr schön. So, was wir jetzt machen. Na? Reagierst du auch? Oder reagierst du nicht? Gerade hast du keine rechte Lust, na? Okay, geht. Wir stellen hier dieses Start-Up-Race. Das heißt, wir stecken die in die Fabrik. Und dann stecken wir rein, was sie brauchen. Gesteinsmüll. Sie lieb sind Waren. Viel zu viel, ist egal. Ein Kupfer. Jetzt möchtest du noch haben, Holzlacken. Da musst du warten. So. Weil ich habe genug Lager gefunden. Ich habe jetzt alle mittleren Promethium-Lager, die im radioaktiven Gebiet sind, habe ich aufgehoben. Erstmal ist eins, zwei oder drei davon so nah an den Aliens dran. Also an den großen, an der Riesenbasis, die ich am Schluss machen muss von dieser ganzen Phase-Reihe da. Mit dem Schiff. Vergiss es, da komme ich nicht ran. Und dann ist es da sehr heiß und radioaktiv. Ohne wenigstens eine leichte Rüstung keine Chance. Müssen wir warten. Hier haben wir jetzt einiges an Promethium-Pellets, was recht schön ist, muss ich sagen. Können wir nämlich hier loslegen. Das dauert noch einiges, so wie es aussieht. Was wollt ihr noch haben? Holzlappen. Weißt du was? Dann stellen wir jetzt erstmal Holzlappen her und wir verzichten auf den Quatsch hier, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und warum mache ich das nicht gleich im 100er-Bereich? Bam. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und die 30 macht es jetzt meinetwegen noch fertig, okay. Dass man irgendwann noch fertig wird. Gut. Jetzt riskieren wir mal, dass wir auf die Karte gucken. Also, hier, was ich so erforscht habe, ne? Hier unten, beim Schiff war ich fast, aber noch nicht ganz. Da hinten wird dann der ganze Rest sein, Mittelteil und Heck. Hier haben wir Prometium, das ist aber im radioaktiven Gebiet. Das möchte ich aber dann mit einem, mit einem Bohrkern versehen. Das, weil der, der leert das Lager nicht, aber gibt mir sehr schöne Erfolge, gerade bei Prometium. Prometium ist, ähm, ist ja so, da kriegst du sehr viel raus. So, auch da können wir was draufstecken. Da wird es wahrscheinlich schwieriger, weil wir da zu nah an den Klingern dran sind. Außenposten, Spaceport, Defense. Ja, das wird ein bisschen witzig. Hier oben ist dann Xenu Mainframe, Fortification und so weiter. An die Radarstation möchte ich versuchen, hier über die Radarstation ranzukommen. Bin aber nicht sicher, weil die Fortification wird mich wahrscheinlich beschießen. Mal gucken, wie ich das mache. Hier ist ein Alien Watchtower, der ist uninteressant. Also, entweder gehe ich direkt wieder über das Mainframe, wie ich es das letzte Mal gemacht habe. Mit dem Schiff auf dem Mainframe landen. So habe ich es in meinem Privatspiel gemacht. Das wäre die Möglichkeit. Ansonsten haben wir hier noch, also die ganzen kleinen Lager werden wir bedenkenlos auseinandernehmen. Hier das. Das ist auch noch prädestiniert für einen Bohrkern. Also für eine automatische Minenabbaumaschine. Da brauche ich aber erstmal Bohrgeräte, Kerne dazu. Und dazu müssen wir mal ein paar Basen zerlegen. Habe ich allerdings auch schon was gefunden. Und zwar... Hier bin ich ja zu Hause, das ist Quatsch. Nee, da auch nicht. Village? Nee. Nee. Village People interessiert mich nicht. Das war ein Spaceport. Nein. Abandoned Reaktor. Darunter könnte man einiges finden. Wird bestimmt witzig. Armory nicht unbedingt. Ruinen auch nicht. Abandoned Reaktor aber. Und ich habe noch irgendwas. Old Tower. Nee, so interessant. Abandoned Reaktor. Abandoned Reaktor. Abandoned Reaktor. Auch da drunter wird einiges sein. Also da werden wir mal reingucken. Und dann gibt es hier noch unten ein bisschen einen kleinen Teilchen, den ich erkundet habe vom Planeten. Das ist ein Planet der Größe 3. Es gibt etwas größere Planeten noch. Mal schauen. Was mich jetzt interessieren würde, wäre eben einfach noch... Aber wirst du bald mal fertig? Ja, bald. Gut. Ja, das habe ich mir noch hergestellt. Nitrocellulose Beute für Schusswaffen. So. Jetzt möchten wir gerne Holzlatten haben. So. Gut, gut. Und danach machst du mal hier ein paar Kraftstoffzellen. Wie viel habe ich denn? Promitium 1, 2. Ja, passt schon. Also du kannst auf jeden Fall 10 Stück würdest du brauchen. Du kannst da 100 von machen. Steuerungstaste drücken, macht da automatisch 100. Also es werden 200 solche Zellen. Das sind leider die kleinen. Ich müsste die größeren lernen. Macht aber nichts, kann ich machen. Vielleicht sollte ich das sogar. Ich gleich die großen wieder einen Moment. Wir machen mal nur 50 davon. Und gehen mal auf unsere... Weil ich habe ja genug Freischallpunkte. Ich habe ja genug gelevelt. Oh, ich bin sogar schon Level 15. Ernsthaft? Wow. Wow. Ich bin Level 16. Okay. Treibstofftank wäre natürlich sinnvoll. Das ist für Basis. Ja, machen wir. Autostation wäre sinnvoll. Ich möchte irgendwann selber was bauen. Generator. So, das war es erstmal von der Basis. Großes Raumschiff brauchen wir jetzt noch nicht. Nicht unbedingt. Das ist noch relativ uninteressant. Kleines Raumschiff. Da schon eher. Schubdüse. Die bessere. Und auch bitte gleich die M. Kurzfrecken Warpantrieb. Wichtig. Dann können wir nämlich mal effektiv was weitermachen. Ich denke, bevor wir zu den Aliens gehen, werde ich einiges tun vorher. Mal gucken. Raketenwerfer hätte ich auch ganz gerne, ja. Schubdüse Z. Wäre auch nicht schlecht. Z2M. Jawohl. ZL. Ja. Geht her. Raketenwerfer, Lenkflugkörper und die Railgun. Ja, die Railgun ist was. Das braucht man nicht wirklich, aber egal. Bodengleiter. Minigandtorets. Warum meine ich nicht? Rockettorets. Warum meine ich nicht? Was gibt es denn hier noch? Schubdüse Z gerne. Lass mal nicht unbedingt. Erzbox. Ja, mach mal. Vollernte. Mach mal, weil dann kann ich nämlich auch hier die Bohrer lernen. Schwebesystem. Mark II, glaube ich, ne? Ja, das ist ein größeres. Einfach nur ein größeres, genau. Steht da irgendwas davon, was das... Engine Force. Ja, 800 Kilo Newton. Und das macht nämlich nur... Wie viel macht das? 200 Kratten. Also das macht das Vierfache. Das ist schon cool. Multitorets wären gut. Das andere geht noch nicht, weil ich noch nicht gut genug bin. Diverses. Kraftstoffzelle groß, die wäre wichtig. Fusionszelle geht noch nicht. Munitionskäste wäre sinnvoll. Groß und klein. Signallicht. Ja, weiß ich nicht. Ich bleib mit dem Licht, wenn ich viel arbeite. Da, automatisches Bergbaugerät. Und ich kann auch gleich T2. Ich möchte gerne auf Level 20 werden, dann kann ich nämlich T3. Was sehr sinnvoll wäre. Werkzeuge. Das Multi-Werkzeug. Ja, das kann ich eh erst mal vergessen. Das ist so schnell noch nicht möglich. Waffen. Pistole auf T2. Die Laserpistole. Der Raketenwerfer, der ist sehr wichtig, wenn ich Basen angreifen will, dann Minigun. Die Schrotflinte auf T2, gerne. Raketenwerfer T2, gerne. Pulsgewehr, gerne. Pulsgewehr T2, gerne. Das Schauschüttengewehr T2, sehr, sehr gerne. Das haben wir automatisch freigeschalten. Dafür brauche ich sowieso die Aufrüstungen, um die verbesserten Sachen zu machen. Gut, das wäre es. Ich habe immer noch ein bisschen was übrig, lassen wir aber so. Jawohl. Hast du die Lappen fertig? Ja, hast du. Dann nehmen wir jetzt mal nur die Hälfte, oder nicht mal. Das sollte reichen. So, F2. Wir hatten da ja was in der Fabrik. Ich bin automatisch in der Fabrik drin. Gott, bitteschön. Und jetzt könnt ihr sagen, Startproduktion. Jetzt baut das hier knapp 20 Minuten mir meine Basis auf. Und ich habe nur vergammelnde Scheiße. Wahnsinn. Alles gammelt vor sich hin. Das wird auch demnächst vergammeln. Das dauert noch ein bisschen. Das ist halt doch Konserven. Passt schon. Wahnsinn, ey. Alles vergammelt. Dann würde ich gerne bauen ein paar Grundstoffe. So, das ist sowas hier. 243-Barenkosten. Mach einfach noch mehr. Ich habe genug Barren, oder? Nicht unbedingt, aber ich habe hier noch. Ne, ich habe keine mehr. Oh. Dann sollte ich doch aufpassen, aber das geht. Ja, dann kann ich gar nicht so viel machen. Schade. Skupf und Silizium kostet die Elektronik. Die mache ich dir auch gleich nochmal. Dann machst du auch 100 von. Das ist schön in Ordnung. Gleich mal ein paar machen. So ein paar Grundteile einfach herstellen. Ach, da habe ich doch auch noch Eisen drin. Das war aber echt ein dummes. Ich könnte mehr machen. Ja, hopp. Nein, nee, warte mal. So, das will ich. So, dann machen wir das hier. Gegen hier. Genauso nochmal hier den. Weil da haben wir auch genug Silizium. Ja, könnte besser sein. Aber da könnte man nochmal bisschen was holen dann. So. Dann hätten wir hier Glasplatte braucht Silizium. Ja. Brauchen wir dann, um einige herzustellen. Einige Sachen. Warte mal, das kostet jetzt. Wie viel Silizium? 2, 2, 4, nein, 200, 400, 600 Silizium bis jetzt. Na gut, ich habe ja, das ist nur passt. Weiter geht es. Mechanisch permanenten. Brauchen wir noch Stahlplatte. Haben wir ja danach. Aber warten wir mal. Ja, diese ganzen Grundstoffteilchen ein bisschen herstellen. Die hätte ich ganz gerne. Dann kann man Produktion schneller machen. Das ist, wenn man das einfach so reinballert. Ich habe hier, glaube ich, gerade was abgebrochen. Kann das sein? Würde ich spontan behaupten, ne? Aber macht eigentlich auch nichts. Ich habe genug davon. Stopp jetzt. Ich mache dann lieber die besseren Zellen. Die kenne ich ja jetzt. Die kann man hier allerdings nicht machen. Das ist auch sowas. Und zwar, wenn man hier, ne, F3, die Baupläne anguckt, den Technikbaum, und schaut sich jetzt das an. Dann hat man hier so Reiter am linken Rand, wo steht, wo es geht. Also die Kraftschusszettel würde überlebensnicht gehen. Aber im portalen Konstruktor geht sie schon. Gelb. Mobilen geht sie. Natürlich in jedem anderen auch, ist ja klar. Das steht außer Frage. So, und die geht dann erst im Konstruktor groß. Die steht erst bei Türkis dabei. Vorher kann ich das vergessen. Small Vessel Mobiler oder Hover Vessel geht nicht. Ja, können wir löten. Können wir löten. Gut. Und die Fusionszelle geht erst im verbesserten Konstruktor. Das dauert noch ein bisschen. Ja, so steht das eben alles hier drin. Deswegen auch Werkzeuge. Zum Beispiel das Multiewerkzeug. C2 geht erst im verbesserten. Das normale Multiewerkzeug würde sogar im portablen Konstruktor. Okay. Brauche halt Werkzeugladungen. Die Werkzeugladungen gehen, glaube ich, noch. Was ich nicht machen kann, haben Sie, wo ist mein Multiewerkzeug hier? Die Multiladung. Ja, die brauchen nur Promethium und Stahl. Das ist okay. Was ich nicht machen kann, ist die Bohrerladung, weil es fehlt mir Kunststoff Rohmaterial. Ein bisschen was davon habe ich, woher auch immer. Wahrscheinlich habe ich es da rausgeholt. Ich würde aber das gerne noch aufheben. Und zwar, Kunststoff Rohmaterial kann ich mir selber herstellen. Relativ einfach. Ja, kann ich jetzt nicht demonstrieren, weil die Basis noch nicht fertig ist. Ist im nächsten Park fertig. Das wird dem Park wohl nichts mehr werden. In der Basis habe ich dann Pflanzenbeete. Neun Stück, glaube ich, sind da drin. In dieser Starterbase ist es vollkommen ausreichend erstmal. Da kann ich Getreide anbauen. Und aus Getreide kann ich Kunststoff Rohmaterial machen. Ja, also ich mache mir irgendwie durch Verarbeitung des Getreides dann ein Kunststoffmaterial. Der heißt natürlich Unsinn, aber Sci-Fi passt schon. Alles in Ordnung. Außerdem, bevor ich die Basis richtig aufstelle, brauche ich noch was. Kann ich das schon bauen? Ja. Ne, kann ich nicht. Oh fuck. Ja, dann müssen wir uns aber schicken dann. Und zwar müssen wir dann sofort in dem großen Konstruktor, den wir in der Basis drin haben, Munition herstellen. Das vergammelt auch. Ja, toll. Ja, das hat sich ja gelohnt, die zu machen. Moment, da wir die hier sowieso vergammeln, vernichten wir die jetzt. Ich habe genug Scheiße, ist schon vergammelt. Ah, verdammt. Na gut. Wo ist es? Ne, ich müsste nach Westen oder Osten. Weil das sind so Gebiete, wo es so Pflanzendünger gibt. Dieses, dieses, ähm, da, das sieht man sich schon. Oh, ist das ein Klipperwesen? Okay, sind aber normalerweise nicht aggressiv, oder? Ich glaube, wenn man zu nah herankommt, oder was werden Sie ein bisschen aggro? Ja, der ist da. So, Pflanzenprotein. Und daraus kann ich mir herstellen, den Riegel. Oh, ich habe sogar noch welche drin. Weil das Schlimme da drin ist, muss ich, warte mal, einen Essig. Da schlabberst du so laut. Mein Gott, ey. Meine Fresse. Ähm. Oh, da könnte ich ja sogar direkt gleich mein Wasser produzieren. Das wäre auch ganz cool. Ja, die Basis werde ich hier irgendwo in der Nähe bauen. Ähm, hier ist die Lithium. Nehme mit. Den Bohrer, wenn er kaputt ist, werde ich nicht zerstören, weil für einen Bohrer 2 brauche ich einen Bohrer 1. Und dann nehme ich auch gleich den kaputten. Das reicht mir doch vollkommen. Hier haben wir ein Pflanzenprotein, oder? Ja. Sehr cool. Äh, es gibt noch eine Quest, die ich gerne annehmen würde. Ich weiß aber nicht, ob ich die erst annehme, oder ob ich erst das andere fertig mache. Hier gibt es auch Pflanzen. Da sind Bären drin, oder? Ja, kann ich aber jetzt einfach vergessen. Ich brauche das im Kühlschrank. Wua! Hau es erst mal ab, die blöde Kuh. Dann kommt sie wieder. Ei, 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 ei. Ich hasse Spinnen. So. Also in der Realität nicht, aber in jedem Game hasse ich die Viecher wie Pest. Komische Bewegungen. Ähm, ja. Irgendwie ein bisschen äcklich. So. Da wird schon eine Roma-Reihe hergestellt. Irgendwie viel. Das ist schön. Ach ja, klar, weil das ist 2. Ah, das gibt Produktionsmengen sogar. Äh, dann können wir hier ein bisschen 1, 2, 3. Ein bisschen abbrechen. So viel brauchen wir ja auch nicht. Gut. Aber er braucht gleich das. Das ist gut. Das ist günstig. Ähm. Ja, die großen kann man, wie gesagt, vergessen. Hier habe ich sogar schon Geld gekriegt von den Nasenbären. Ist auch schön. Laserpatronen, wie gesagt. Einiges an Medizin. Ich hätte jetzt richtig viel Medizin, wenn ich nicht über die Hälfte davon schon getraucht hätte. Oh, ich habe sogar schon schwere Waffen. Aber wird jetzt auch schön. Ja. Hat mich allerdings auch genug gekostet, die Nasen. Erstmal umzuknüren, weil die haben natürlich ein bisschen andere Waffen gehabt. Holla die Waldfee. Ich meine, gut, wenn ich erstmal nah genug ran war, waren sie schnell weg. Bisschen zickzacklaufen. Das passt schon. Es ging. Schön ist was anderes, aber es ging. Ich hoffe, dass ich die Basis in was reinkommt. Dann ist das witzig. So am Ende dieser Questreihe, die wir gerade haben. Die Tutorial Quest. Gut. Die schönen Spinnen sind weg. Hier haben wir weiteren Bleiplatten alles möglich. So, das können wir mechanische Komponenten sogar herstellen. Das machen wir auch. Wie viel werden das? Das wird einiges, ne? Passt doch. Ein bisschen Heerstallplatten herstellen. Dann machen wir mal so ein paar mechanische Komponenten. Ja, mach doch einfach mal 100 Stück. Also das machen wir mal 200. Ui! Nicht übertreiben. Dann machen wir 400 Stück, glaube ich. Das passt. Nano-Röhren. Auch ein bisschen mehr Steilplatte, leider. Die sind aber nicht richtig geäußert. Dann haben wir ein paar. Gut. Ja, den Kammelscheiß, den kannst du da wegschmeißen. Dankeschön. Und dann schnappen wir das da, danke. Es hält jetzt wenigstens eine volle Zeit, ja. Zwei Stunden. Dann ist es kaputt. Na ja. Gut. Also, es wäre wichtig, den Kühlschrank herzustellen. Jetzt haben wir das Problem. Wenn wir die Fabrik gucken. Na, dauert auch. Geht aber noch 10 Minuten, dann ist es fertig. Vielleicht machen wir das sogar noch ständig schnell auf. Danach machen wir nämlich den nächsten. Das nächste Wichtige, das wäre dann ein Small Vessel. Kleines Raumschiff. Und dann nehmen wir noch nichts von den Star Wars und sonst was, sondern wir nehmen von den Prefabs. Und dann nehmen wir das da. Das hat nämlich einen Kühlschrank drin. Vier, ähm... Ja, Gatling-Guns, was sind denn das? Mini-Guns sind sie ja nicht. Ja, Gatling, keine Ahnung. Also, dieses Auto kann, was liegen kann, um 15 Millimeter. Reicht vollkommen, um erst mal klar zu kommen. Äh, mobiler Konstrukte ist, glaube ich, nicht drin. Bin ich mir aber nicht mehr sicher. Ne, ich glaube nicht. Ne, ist keiner drin. Aber es war auch nur eine Frachtbox. Wenn du was willst, ist, dass ein Kühlschrank drin ist, das heißt, damit kann ich losgehen und kann mir auf der ganzen Insel die Pflanzen zusammensuchen. Bevor ich das mache, möchte ich aber gerne diese Mission starten. Jetzt ist die Überlegung. So, Notfallsituation, bla bla bla, ja, ist klar. So, Belohnung, dafür kriege ich nämlich, wenn ich das mache, das Robinson-Protokoll, ganz komplett, kriege ich eine mittlere Rüstung, Pentaxid, Goldbarren, Lasergewehr und Lasergewehrzelle, wenn ich die Mission komplett abschließe. Allerdings, wenn ich jetzt das unidentifizierte Schiff abschließe, kriege ich das als Belohnung, aha, ein Detektor, jetzt habe ich den schon gebaut. Scheiße, na egal. Die Titan. So, dann geht es dann darum, also, wenn wir da hingehen, dann heißt es dann, finde ich den Mittelteil, okay, wenn ich das mache, kriege ich ein Sturmgewehr, T2, mit 200 Gewehrpatronen. Und wenn ich dann das Heckteil mache, da geht es dann darum, finde ich das Heck. Und wenn ich das dann habe und auf der Brücke war, dann kriege ich eine leichte Rüstung, ein Pulsgewehr, T2, Regenerationspackung und Bandage. Und dann können wir uns langsam darüber vorbereiten, in das Xenomainframe reinzugehen. Die mittlere Rüstung kriege ich leider erst, wenn ich das komplett abgeschlossen habe. Die Frage ist aber, dafür gilt ein Minigun für die alternative Route. Ich weiß ja nicht, ob sich das lohnt. Nee, wenn ich da in der Hauptrechnerkontrollstation, da muss ich erst mal rein, finde eine Fernkursung und so weiter, ja. Finde die Kontrollstation, Hauptrechner, zack, 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 Protokolldaten, warm, ich aktiviere Download, genau. So, alles schön, brauche ich jetzt aber nicht. Einzelmission, hier lecker Grünfutter. Sammle. Beeren, Pflanzen, Eiweiß, Süßstoff, Gemüse, Stimulanz, Pilze, Korn, Gewürze, Knospen. Oh, da ist Getreide geworden. Okay, super. Finde ich aber alles hier auf dieser Startplan. Ja. Ähm, gut. Warum denn nicht? Dann würde ich sagen, starte diese Mission lecker Grünfutter. So, ist die andere Mission jetzt tot oder nicht? Das ist so die Frage, ja. Das müssen wir jetzt machen. Das finde ich aber gut, die Idee. Weil was kriege ich dafür als Belohnung? Ich glaube, dafür kriege ich sogar eine Belohnung, kann das sein. Wo ist jetzt meine Idee? PDA, ne, nicht Fraktionen. Was ist da, oder PDA? Lecker Grünfutter. Ah, 10 Goldmünchen. Oh, nichts wird's. Ja, ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll, aber okay, warum nicht? Zeit für ein Dinner. Okay, da soll ich also was kochen, bereite eine Pizza, Ratatouille, Früchtekuchen. Mach ich gerne, ne? Mach ich sowieso. Okay, cool. Stämme auf Akua. Ich suche die Ureinwohner. Finde ein Talon dort. Ich glaube, ich hab schon eins gefunden. Ach so, Moment. Akua. Ich bin nicht auf Akua. Ich hab mal vergessen. Äh, Jägersleut. Was heißt das? Töte Spinne, Töte Paras. Ach ja. Töte Kleberwesen. Töte Pankolin. Töte Pankolin. Spinnen. Okay, geil. Was krieg ich denn dafür? Goldmünzen, Pistole, brauchen wir nicht. Das sind alles ein witzige Tutorial-Missionen im Endeffekt, die wir ja trotzdem was bringen, ja? Elementarfeinde. Ach ja, Golems, ne? Die finde ich jetzt auf anderen Planeten. Dann krieg ich auch noch was. Pentax-Siegler wieder. Das ist cool. Teprate. Hast du Angst vor dunklen Nächten von sonst lebensfreundlichem Planeten? Hä, was heißt denn das jetzt? Nachtkreaturen. Nachtraptor, Pflanzenmonster, Spinne, mittelgroßer Alien, Bug, weißer Tunnelwurm. Ja, die muss man natürlich gucken, wo man die Pinten überhaupt... Was kriegt man denn dafür? Puls-Gewähre. Ich muss aufpassen, wegen der scheiß Spinnen. Okay. Ich denke, aber das machen wir jetzt wirklich schnell fertig. Sind wir denn so weit? Gleich, denke ich. Ja, das vergammelt leider auch. Das wird gleich vergammelt sein. Pech gehabt. Ich habe einfach noch keinen Kühlschrank. Das ist halt schlecht. Aber ich habe den Kühlschrank gleich. Und zwar... Ist fertig. Oder wie? Nein, Moment, verbrick. Nein, fünf Minuten noch. Fünf Minuten dauert es noch. Dann kann ich mir das hier irgendwo hinstellen. Und dann brauche ich aber ganz dringend, weil sobald der Kern umschlossen ist, zählt es als Base. Und noch irgendwelche anderen Sachen müssen, glaube ich, drin sein. Konstruktor oder sonst irgendwas. Dann zählt es als Base. Und dann werden die Alien-Drohnen auf mich aufmerksam. Und dann heißt Drohnenangriff. Davor muss ich aber meine zwei Geschütze, die oben auf dem Dach stehen, mit Munition versorgen. Sonst geht es schief. Okay, hier wird gerade hergestellt. Aber ich denke fast, das machen wir mehr zum Kabel. Das dauert alles zu lange. Das sieht so aus. Na gut, also, der Plan jetzt folgender. Um kurz zu erklären, was jetzt demnächst losgeht. In diesem Wasser hier, in den tiefen Wassern, findet man auch alle möglichen lustigen Alien-Plasma-Pflanzen. Die brauche ich. Vor allem dann für meine Mad-Kids. Und bevor ich nicht mindestens von jedem Mad-Kid zehn Stück habe, von jedem, werde ich nicht zu irgendwelchen Basen gehen. Und das kann ich erst mal machen, ohne Basen anzugreifen. Und dann können wir uns mal langsam drauf vorbereiten und können sagen, hier, wir gehen zum Beispiel mal... Ich sag euch gleich, wohin. Ich sag's euch gleich. Ich sag's euch gleich. Nee, Villages. Da können wir mal besuchen, aber es ist uninteressant. Hier. Nein, kratsch doch nicht der Advanced. Hier, der abandoned Reaktor. Da können wir uns mal rein. Da drinnen werden Spinnen sein. Na, Spinnen eher weniger als Korpione und so komische Albtraum-Alien-Viecher, die Riesenkopfnisse verteilen aus 10 Meter Entfernung oder so oder aus 20 Meter Entfernung. Die sind fantastisch, die Viecher. Die sind voll zum Kotzen. Ich hab mich schon bewaffnet. Versuche vorher, ein paar leichte Rüstungen zu herzustellen. Naja, das heißt versuchen, das krieg ich hin. Versuche, viel Munition mitzunehmen. Und dann sehen wir uns wieder. Wenn meine Basis jetzt steht. Wenn ich soweit ausgerüstet bin, vieles von der Ausrüstung kann ich das so nochmal live herstellen. Dann machen wir das zusammen. Nächster Part. Basis absichern. Die Geschütze oben drauf sind sowieso schon mit Munition versorgen. Ich muss währenddessen weiterhin hier alles mögliche auseinandernehmen. Also alles, was Kleines anlagern, werde ich auseinandernehmen. Die mittleren werde ich mal erst aufheben. Ja. Ja. Auch wenn ich wahrscheinlich auch hier nicht unbedingt benutze, weil auf dem Mond gibt es schon große bis sehr große und die haben halt einen viel besseren Durchsatz. Die haben um die 80% bis 100% Durchsatz. Was du da mit einer Bergbau-Drohne kriegst. Für die Bergbau-Drohne muss ich natürlich erstmal hier zum Beispiel rein. Weil da könnte man so Kerne finden dafür. Das wäre ganz nett. Ich weiß nicht, ob man die nicht sogar kaufen kann bei den Aliens. Aber ich glaube, die sind zu teuer. So viel habe ich ja auch noch nicht. Gut. Und bis zum nächsten Part sammle ich erst mal die ganzen Pflanzen. Das Schöne daran ist nämlich, wenn wir das alles haben auch noch. Ne, ne, kann ich nicht bis zum nächsten Mal. Vergiss es. Vergiss, was ich gesagt habe. Im nächsten Fall bauen wir erst mal das Schiff und dann sammeln wir live Pflanzen. Gut, also bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Pflanzen sammeln und dann in den Elben Plasma und dann schauen wir mal. Dann kümmern wir uns nach und nach die Metcooks bauen. Bis dahin. Spinnis, deine Spinnis da. Und dann sind wir uns nach und dann folgen. Die Spinnis da. Die Spinnis da. Die Spinnis da. Das ist eine Spinnis. Das ist eine Spinnis.